Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Ehrlich gesagt, manchmal, wenn ich so eine Hochzeitskutsche sehe und die festlich gestimmten Gesichter dazu, dann denke ich mir, wissen diese jungen Leute eigentlich, was sie da tun? Sind sie nicht tollkühner als die tollkühnen Männer in ihren fliegenden Weltraumkisten? Natürlich meine ich die ganz Jungen unter uns, so zwischen 18 und 23. Die sprechen dann vom gemeinsamen Leben, von der Sehnsucht nach Geborgenheit und von dem, was man so unter Glück versteht. Ein Wort vermeiden sie meist. Liebe. Weshalb eigentlich? Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Mach ein bisschen Dampf drauf, Junge. Wir wollen doch noch einen eben vorher. Sag es ihnen doch. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020